hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge youtubers live mit eurem garuso wir sind hier stehen geblieben wir sollen werbevorschlag machen wir akzeptieren werden wir direkt ein gameplay raushauen ich bin total am ende dann machen wir das neue video dann die psp damit kann man leben und tschüss akzeptieren neid o neid lasst grüße so was wie du machst geld zu verdienen ich denke das verweigere ich hallo ist es das gewesen das meint man ist ich habe doch ja diesen auftrag angenommen warum kommen wir erstmal kurz hier rein das kostet immer cooler was halt ihr davon dass man so eine karte benutzt weil das muss ich strafe bezahlen das will ich ja nicht ach hier ist mein auftrag macht den gameplay vor dem juli 19 das kriege immerhin horrifying lowrider ok was ist das auf was habe ich mich eingelassen wir machen das video dann haben wir unseren soll erfüllt ich glaube ich nicht richtig gewesen sarkasmus ein episches spiel singen singen sagt man ist ein ausschnitt das war schon sechs von zehnten ich habe es nicht richtig gemacht und meine computer kann wieder durch ja herzlichen glückwunsch oh man das ich mache das das auf alle fälle und das das sieht doch schon mal gut aus machen wir das hier hoch kann man noch was machen das hier kann man noch machen rendern wir inhalt gut mal schauen ob es klappt was was smartphone nein damit sein smartphone ja ja ich weiß und tschüss reparieren ich möchte dieses sp machen so reicht ein video so so blättert die jetzt blätter da blätter blätter da so hier das so ist das was ist das ist das und runden schaut ein ausschnitt sarkasmus das war fachlich kohle 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 noch ein werbevorschlag ich hab mir ja gar nichts gebracht erst mal das hier fertig ganz langsam und locker das das und das machen was ich mache es wird es ist besser es ist besser die zweite umrichtlich weg gut auf alle fälle das sie geht nicht mehr gut und wenn dann gut nehmen wir an oh das ist die kohle für das video klasse 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 egoistisch kommentar ab und zu ist egoismus ganz toll lustige kritik finde ich auch gut ganz kurz schauen wie immer gut ähm wo waren wir der lade da hoch wir haben ja noch einen zweiten arbeitsplatz das werde ich verkaufen du hast verrückende Mist hin so das hier komm auf dem zweiten arbeitsplatz ich weiß muss ich leider so machen wie sie bitte dahin gut äh ok ja klar hier spielen oben 20 kills kann ich so groß jetzt oh ich bin tot schon wieder ähm oh das ist ja nicht das ist nicht mein Ding grad ok spiel tutorial ich weiß das ist mir egal da musst du jetzt noch schnell durch das schießt auch hoch fast 300.000 abonnenten wahnsinn fast 5 millionen aufrufen das ist mir das da drin ich will alles rein machen Das war's, ich muss den, oh, unbedingt. Gut, das ist egal, du gehst jetzt pern, ist in Ordnung. Der sterben kann er hoffentlich nicht, oder? Meiner Scherz. Kann der sterben? Nee. Hi, du bist ein Gamer, du kannst noch was drei Tage durchmachen, was denn los? Gut, das leidet ja hoch, das läuft. Meine Abos schießen auch hoch. Ich muss echt gucken. Kannst du was essen? Da war hier ein Aufruf, wie haben wir den Eier? Moment, ich dachte ein Mitarbeiter mit einem eigenen Kuppel zu haben. Das sind externe Ideen. Ich wollte mehr, viel mehr. Der Wunsch, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen wurde immer größer. Und ich entschied mich dazu, ein neues Zuhause zu suchen. Von dem aus ich meinen Kanal noch viel besser erweitern könnte. Ich muss erst umziehen und dann anstellen. Mhm, mhm, mhm. Zum August. Das sind noch, ähm, zehn Tage. Wir ziehen zum August um. Wir werden mal ganz kurz gucken, was Neues rausgekommen ist. 3. 3. Juli. Aber es steigt nach oben. Das nehmen wir mal mit. Juli. 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 18. Aber nur zwei Bewertungen. 19. Und für 21. Irish Yoga. Irish Yoga. Irish Yoga. Irish. Da ist ein I drin. Hier nicht mehr. Äh, andersrum das. Ja. Egal. Äh, ihr wisst was ich meine. Dann haben wir das noch mitkommen. Kaufen wir einfach. Ich hab nur noch ein PC Spiel, ne? Dann hauen wir das noch mal raus. Ich geh mal bitte die 10 schaffen. Das sind nämlich grad Hauptmenü. Das ist ein neues Kommentar. Sarkasmus. Immer gut. Mhm. Jawohl. So. Dann machen wir das hier. Muratschlag, oder? Gut. Naja. Ähm. Das. Schon. Die Britte ist so gut ein weiteres Mal. Entführt. Ähm. Da kann man schreien, oder? Ja. Angezeigt. Das oder das? Das oder das? Das oder das? Kommen wir auch anders. Dann sind alle Punkte verbraucht. Passt doch. Schon wieder abisolieren. Ich hab doch grad oben. Das auf alle Falle. Das kommt hier runter. Und äh. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Das ist der Schluss definitiv. Ähm. Wie weiß ich das hier rein setze. Das da rein setze. Ne. Das hier da rein setze. Dann. Ich will den hier rausnehmen. Denn da will ich schon gern mitnehmen. Was ja lieber 10. Ja. Das denke. Sieht gut aus. So. Wir haben 10 Points. Junge. Das muss hoch. Nehmen wir mal so. Fertig. Wenn ich nur einen Neukoment. Neukommens. Okay. Oh ja. Passt doch. Es ist gleich noch ein zweites Paket kommen. Egoistischer Kommentar. Schon wieder. Das will ich nicht. Ich will die einfach nicht. Ich weiß echt nicht. Ob das so richtig ist. Aber. Das funktioniert so gut. So. Jetzt werden wir ganz kurz. Eins noch machen. Okay. Das war doch aufsteigen. Warum ist jetzt hier wieder? Na gut. Gut. Wir gehen. Pennen. Wir gehen was. Futtern. Und dann würde ich sagen. Liebe Freunde. Danke fürs Zuschauen. Habt ihr irgendwelche Kommentare? Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt es doch unten rein. Würde mich tierisch freuen. Ansonsten sage ich Daumen hoch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Euer Hose. Bye bye.